Hallo, ich begrüße euch zur Tagesbotschaft für den 4. März und heute bekommen wir die Botschaft Orakelkarten. Du hast die Fähigkeit, Antworten und Führung für dich selbst und andere zu erkennen. Also wenn du heute vor hast, Karten zu legen, wirst du richtig gute Antworten bekommen. Du hast heute ganz speziell die Fähigkeit, Antworten und Führung für dich selbst oder andere zu erkennen und wahrzunehmen und das auch mitzuteilen. Ja, da wünsche ich euch natürlich ganz ganz viel Erfolg und einen wunderschönen Tag. Tschüss!